In den folgenden Movies möchte ich ein Bild mit 5 Kanälen erstellen, also mit 5 Farbkanälen. Jetzt, wozu 5 Farbkanäle? Ich habe hier ein Beispielbild, könnte sein aus einer Verpackung. Ich möchte eine Verpackung für dieses kleine Spielzeug, das möchte ich die Farben sehr genau wiedergeben und sehe, im Moment bin ich hier noch im RGB-Modus. Wenn ich hier auf Zmück gehen würde, dann würde die Buntheit bei den Orangetönen, auch bei den Grüntönen massiv abnehmen. Ich kann das mit Vorschau mal ganz kurz zeigen. Also die Buntheit in diesem Bereich erreiche ich mit diesem Farbraum nicht. Ich brich das mal ab, gehe zurück zum Bild, das ich bearbeiten will und möchte jetzt eigentlich ein CMYK-Bild mit einem zusätzlichen Kanal, und zwar Pantone 804C. Das entspricht in etwa diesem Ton, der sehr nahe bei dem Orange ist des Plastikteils. Das ist dein Zusammenhang mit der Säulein, auch bei den Orangetönen. Das ist mein Konzent. Das ist mein Konzent. Das ist mein Konzent. Das ist mein Konzent. Ich bin der Säulein.